die 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 sims 3 bitteschöns findet euch damit ab hier kann man tolle Sachen machen das Kind streicheln oder aus dem Fenster gucken die Schnitte beobachten wie sie sich im Spiegel freuen die zocken auf der PS3 oder Xbox was gibt es denn noch, die alte Frau oder eine andere die Familienbilder Fischefütter Kindvergleichen ins Fitnessstudio gehen auf dem Fitnesslaufbad ausrutschen sich selber betrachten rummeckern dass du nicht so schön aussiehst oder in Parkpastille spazieren gehen mit der scheiß geilen Schnitte Autogramme gehen Ball werfen Kuchen essen Schmetterling essen Schmetterling essen Geister Jäger Alte Omas Hangeln Dein Altenherr In der Nase bohren Tachelspiel In Nomazein Kuss geben Auf Baby Und dann klatschen Alzheimer Breakdance Und das können wir alles machen in Sims Ja Ja Unser neues Projekt hier Nougatschnitten Let's play Ja Hier wir die Nougatschnitten extra live aus Thüringen Ja Nein wir kommen hier aus dem Kippen Wir sind hier aus der Schweiz Ne wir sind hier aus der Schweiz Wir sind hier aus der Schweiz Und das ist jetzt die deutsche Süße So Also äh Äh Kennt ihr vielleicht aus meinem Netflix Familie Peter ist hier Rüdiger Und seine Familie Martin Ist gut Wir haben öfters rein Ich muss auf den und die Seppel helfen Aber wir machen heute unsere eigene Zusammenskanal Und dann können wir wieder ein neues Spiel beginnen Dann machen wir uns hier Ne? Ok Subset Valley Hast du was von der Schau? Ne Schade Schade Willkommen in Subset Valley Ja gibt hier Hier gibt es Sonnenschein Alter Hast du das schon mal gesehen? Nee Äh Ich Also ich hab dazu nichts zu sagen Ah ne das sind Leutomäse Sonschein Zwei Sonnen Also ich leg's jetzt mal hier vorne weg Ja ich weiß nicht wie die Sonne aussieht Ich hock ja dauernd in meinem Haus rum Ne? Weil ich zock ja den ganzen Tag Ja und äh Das ist halt so Man muss damit völlig schleben Also äh Hier mein Kollege Ich bin gerade bei ihm zu Hause Und äh Ich wusste mir er hat keine Erweiterungstext Noch nicht So was wollen wir denn machen? Eine neue Familie erstellen Ja dann würde ich ja sagen Simps erstellen So und für die die jetzt keinen Bock haben Sollten die nächsten 20.000 Folgen überspringen Und zum direkten Let's Play kommen Okay wie machen wir denn? Wir machen jetzt nicht unsere Real Names Also ich nenne ihn Äh wie nenne ich ihn denn? Wildfried Wir nennen ihn Hans Martin Und Nachname Wir nennen sie Schnitten Schnitten Ant-Markin Schnitten Schnitten So äh das ist jetzt natürlich Junge Weil Hans Martin natürlich Frauenname nennen So? Ge pewnj'n und weil sie die Maus aus seinem Gesicht Flappin viel, ey! Boah! Er erinnert jetzt so eine tiefe Stimme! Gute da! Boah! Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Fetten aus Scary Movie! Was wird das für ein Erwachsener? Natürlich ein Erwachsener! Wir wollen die typischen... Also das soll jetzt nichts wegen Shrts sein, aber das soll so aussehen! Obwohl, ne der kann ja ein bisschen Muskel hat, oder? Er guckte da an! Fett und Muskel! So, so sollte das aussehen! Wenn? Ganz Kakao? Nee! Alter! Boah! So, das muss... Nein, ein bisschen... oder? Ja! So, jo! Okay, er heißt Hans Martin! Der ist ein Schnitte! Wie machen wir es denn? Nein, wir wollen keine Käppi! Oh Gott! Wir nehmen jetzt hier... Ähm... Äh... Okay, das würde eher zu Jugendlichen passen und die nicht so dick sind! Wie sieht's mit dem aus? Nein, nicht das! Also, ey... Also, so würde es passen, ne? Aber... Also, der Lockier gefällt mir auch! Ja, ich muss sagen... Also, der ist auch echt schön! Da hat ihn Profi beraten! Einfach nur, muss man sagen! Also, äh... Wenn ich so ein Friseur hätte... Gleich 1000€ im Voraus bezahlen! So eine Frise... So eine Frise... Muss ich wieder haben, Alter! Wer sowas hat... Äh... Wer sowas nicht hat, der ist geteilt! No Go! Das ist... No Leifer! Das ist... Das ist im Trend, meine Freunde! Guck dir diesen schönen Link an! Echt daneben! Das musst du daneben! Das... Ja! Ja, oder der... Der Opperschnitt! Ja, jetzt wie Homer noch so... Drei kleine Haare! Aber... Was nicht bei den anderen? Ne, das waren mehr Haare! Also, ich würde jetzt sagen, das geht! Das ist so typisch! Das würde passen jetzt! Bei so einem Fukuhiler... Ähm, ne! Ne, danke! Das könnte auch ein Türke werden, so, ne? Nein! Nichts... Nichts gegen Türken von meinem Freund hier, aber... Ja... Also, jetzt einfach mal... Äh, nein! Nichts Spaß! Wir nehmen braun! So! Augenbraun! Ist eigentlich voll Schnuppe! Hauptsache, das sieht nicht zu weiblich aus! Boah! Wir nehmen jetzt solche fecken Puschen hier! Wieso sind die nicht hoch? Da braun! Boah! Da das hoch! Das geht! Das geht! Das geht! Bart! Mach wir den noch so ein schöner Bart! Kann man den ein bisschen nach oben setzen? Ne! Ja, so... Über die Lippe, ne? Würde ich auch... Oh Gott! Seine Koteletten wachsen da total rüber! Ähm... So! So! Zieh mal bitte in Corona und schwör mal einen Rund! Da gibt's noch ein paar mehr, ey! Da bin ich aber gespannt! Ne! 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 Du musst das da unten weg! Boah! Ey! Was ist denn das für... Ne! 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 Krass, Junge! Ich will das... Das ganz unten, Junge! Das passt überhaupt nicht ins Profil! Also... Das ist voll die Rotzbremse! Entschuldigung! Also ehrlich, das... Das sieht aus wie so ein... Verkrüppelter Polizist nach ner Schussanlage! Äh... Also ne! Nein! Das geht... Dann das daneben! Das rechts daneben! Das ist einfach... Schluckele! Okay! Wir nehmen das! Das sieht gut aus! Obwohl jetzt sieht das ja auch gut aus! Oh ja! Ja, wir nehmen das! Das... Das sieht doch einigermaßen aus! Wie so ein Italiener! Typischer Italiano! 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 So, jetzt kommt die... Der Kopf, denn der ist mir etwas fett geraten! Ich bin der Hauself! Nein! Also... Ich will so ein Eierkopf! Entschuldigung, dass ich hier in den Geflogen bin! Also... Also äh... Ich will so ein E.T. Kopf haben! Das muss gehen! Also nach den Ohren zuurteilen sieht das aus, als ob der gerade so... Benjamin Bühmchen, ey! So, jetzt die Augen! Wir wollen ja so ein Japaner haben! Guck dir rein! Oh, ich weiß da! Hoi! Das da... Das da unten links! Boah! Also beim Autofahren, ne? Da würde ich total die Übersicht verlieren! Obwohl ich gar nicht Autofahre! Das sah gerade so aus wie ein... Jemand ohne Brille, der eigentlich eine Brille tragen sollte! Oh mein Gott! So! So muss der aussehen! Boah! Die Nase! Guck dir das an! Das ist übermäßig! Dankeschön! Mehr wollt ihr? Ich wollte nur die Nase ändern! So, jetzt ein bisschen Schönheitsflecken! Der Bart überdeckt den Schönheitsfleck! Das gefällt mir nicht! Das war ein Reim! Wie gemein! Und jetzt noch ein bisschen Lippenstipp auftragen! Komm schon! Oh! Wie knuffig! Nein, natürlich nicht! Okay, äh! Ich bin wohl klar mit dem Spiel, ja auch nicht! Ähm! Wir nehmen... Alter ey! Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man den jetzt so ansieht! Schade! Der ein bisschen im Fitnessstudio und der ist der Held der Frauen! Ne? So Italiener, da kann man nichts gegen sagen! Mhm! So, wir wollen jetzt hier ganz... Ganz stylisch so ein... Boah! Alter! Ich glaub wir nehmen doch so ein Hemd! Wir machen jetzt ein Body! Boah! Alter, der kann der gar nicht anziehen! So, das muss gehen! Äh! Äh! Die Jacke kriegt ja wohl nicht mehr zu! Das ist wohl übermäßig! Hier wird so ne Styler Jeans... Boah! Alter ey! Mit solchen Hosen würdet ihr nicht rausgehen! Sieht aus wie so ne Presswurst, echt! Okay, das... Das geht noch! Das geht noch! Ja! Also, ähm... Boah! Ich will jetzt die Jacke doch noch ändern, weil das ist... Boah! 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 Nimm das! So ein... Einfass! So ein Kaputschen! Warte! Das war was ideal ist! Hö, ach! Noch mehr! Ja, das auf jeden Fall das mit dem Halsband! Also, wir nehmen jetzt den hier! Boah! Heilige Mutter!